Hallo ihr Lieben, ihr hört jetzt das Lied Luftballon von Helene Fischer. Die Zeit geht viel zu schnell vorbei und man bereut die Dinge nur, die man nicht macht. Und irgendwann werd ich's vielleicht mal verstehen, ich trag dich bei mir, bis wir uns wiedersehen. Und ich lasse los, schick ein Luftballon zu dir, siehst du von da oben. Manchmal auch nach mir und ich stell mir vor, du hast alles, was dich glücklich macht. Deine Träume gehen dir dort nie mehr verloren und du fliegst davor, so leicht wie ein Luftballon. Du hattest so viele Wünsche, so viele geheime Ideen, doch irgendwie kam dir das Leben in den Weg. Du hast auf so viel verzichtet, doch wir haben immer gedacht, um all das wahrzumachen, ist es nie zu spät. So vieles wollte ich mit dir noch erleben, ich trag dich bei mir, bis wir uns wiedersehen. Und ich lasse los, schick ein Luftballon zu dir, siehst du von da oben. Manchmal auch nach mir und ich stell mir vor, du hast alles, was dich glücklich macht. Deine Träume gehen dir dort nie mehr verloren und du fliegst davor. So leicht wie ein Luftballon, all die ungesagten Worte, Bilder deiner Sehnsuchtsorte, die schicke ich zu dir. Und dafür, dass ich dich kannte, ein letztes leises Danke und die Erinnerung bleibt hier. Und ich lasse los, schick ein Luftballon zu dir, siehst du von da oben. Manchmal auch nach mir und ich stell mir vor, du hast alles, was dich glücklich macht. Etwas endet doch, was Neues hat begonnen. Und du fliegst davor, so leicht wie ein Luftballon. Wie ein Luftballon. Ja, hallo nochmal zusammen. Das war das Lied Luftballon von Helene Fischer. Ja, ich bin auf dieses Lied gestoßen, weil ich es vor, glaube ich, ungefähr einer Woche im Fernsehen gesehen habe, wo Helene Fischer ihr neues Album vorgestellt hat. Und als ich das hörte, habe ich gedacht, wow, das ist einfach so schön. Das möchte ich auch unbedingt singen und auch mit auf diesen Kanal bringen und natürlich auch mit ins Engelsgesang-Repertoire aufnehmen. Ich hoffe sehr, dass euch das Lied gefallen hat, meine Darbietung, und hoffe auch sehr, dass es euch vielleicht auch ein bisschen Kraft geben kann, wenn ihr vielleicht jemanden gerade schmerzlich vermisst oder ihr vielleicht auch gerade vor kurzer Zeit jemanden verloren habt. Dann hoffe ich sehr, dass ihr, wenn ihr das Lied hört oder das Video schaut, dass ihr ein bisschen in Erinnerung schwelgen könnt und es ein bisschen etwas für euch mitnehmen könnt. Ja, wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, dann könnt ihr hier unten rechts auch meinen Kanal abonnieren und klickt nach dem Abonnieren unbedingt auf die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch nicht das nächste Video. Also, erstmal bis dann. Ciao. Bist du von da oben? Manchmal auch nach mir. Bis dann. Bis dann.